Was machst du? Ich geh den Berg an gleichchen. Ja ich kann ja nicht weitermachen solange mein Werkzeug nicht repariert ist. Was brauchst du denn? Meinen Hammer. So dass er schneller geht. Sowas habe ich nicht. So kann man es lassen. 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 Das passt. Ja und wie gesagt. Ich den Vorplatz mal. Ich weiß es noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Wo ist denn, dass ich da die Gebäude hinbaue? Hier die Zelte. Ich habe keine Ahnung. Und hier auf jeden Fall schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hier am Rand kann ich schon mal den Metallzaun hin machen. Ein paar habe ich hier noch auf Halde. Hier noch. Zug. Guck. Gut den haben wir. Das haben wir und den haben wir. Super, cool. Dann haben wir hier auch schon einen Zaun. Das ist die Schranke, die bleibt auch so. Ein bisschen könnte ich mal mit Mama weitermachen. Das ist die Schranke. Die nächste Reihe. Gut. Jetzt muss ich wieder warten. So ätzend. Okay, hier hinten müssen wir ein bisschen Wiese angleichen. Ich muss hier nur mit dem Zaun hier machen. Oh, ich habe eine Fliege hier. So lange es nur eine ist. Es muss zwei wie ich. Ich habe nur Angst, dass die mir in den Mund fliegt. Okay. 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 Das Stück haben wir. So, hier hinten das Stück. Okay. 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 Public. Okay. Okay. So, aber wenn jetzt mal, die Moon sind Zeitunganno我要 in dem Aèt – also in der Zeitung – bis wir heute zusammen – ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So cool das stück hier auch schon mal ist auf jeden fall über die umrandung lang geht das ist der rahmen der fette berg der angepasst werden muss an der rand jetzt ist die frage wo auch die zelt sind da links oder rechts bin schon fast dazu geneigt zu sagen hier würde aber heißen dass hier alles zu erde gemacht werden müsste das wiederum wieder heißen scheiße viel arbeit so so Ja, genau. Ja, genau, den meine ich. Der muss noch entweder ganz weg. Ich würde ihn hier auf eine Zwischenhöhe bringen, ganz weg vielleicht nicht gerade. Weil das ja auch noch ein schmaler Strich ist. Guck mal, ich würde es nämlich, du bist hier vorne machen. Hier hast du ja gesehen, habe ich schon den angestuft, den Berg. Dass man den bis hier vorne praktisch irgendwie ganz weg macht. Was, das ganze Ding weg? Das ist links davon, nicht rechts. Ja, das ist mir klar, dass du links meinst. Das ist halt die Frage, keine Ahnung. Was willst du denn sagen? Was ist weg? Okay. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.